Die Diagnose. Wir machen heute die Einzeltherapie auf der Decke. Nein, Herr Doktor, was habe ich denn? Sie kriegen zwei Wochen Verlängerung. Für was denn? Ich bin doch nicht gestört. Ich würde sagen, Ihr Sprachfehler, der ist ja unermächtlich. Ihre Zunge ist ja viel zu lang für diese Angelegenheit. Und wie lange sind Sie so in Ihrer Klinik? Ich bin Praktikant und habe hier Eure Therapie in der Hand. So, du kleine Maus, du müsstest noch mal auf die Schule gehen. Auf welche Schule denn? Auf die Eichhörnchen-Schule? Weil hier verblödest du ja total. Wenn ich sehe, dass ja schon Katzen... Katzen essen. Katzen essen. Katzen essen. So, alles klar. Das war's für heute. Das war's. Beendet. Schönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.